Das Event, allgemein das Event ist super, also eine super angenehme Atmosphäre. Man hat Zeit, man hat, ohne Stress kann man mal die ganzen Titel ausprobieren. Viele Leute da, es ist ein großes Angebot an spielbaren Sachen. Coole Location, coole Spiele-Konsole, Spaß. PC war halt immer schon ein Stück rüber und jetzt ist es einfach mindestens auf Augenhöhe. Ich würde die Konsole als elegant, innovativ und definitiv cool bezeichnen. Also die neue Kinect-Kamera scheint sehr präzifend zu sein und das macht wirklich Spaß, das zu zocken. Mir gefällt auf jeden Fall der neue Pad. Der Controller bringt das Feeling gut rüber. Ich glaube, Kinect ist eine Sache, die man echt gut auf Party-Ebene benutzen könnte. Also ich bin positiv überrascht auf jeden Fall. Auf jeden Fall die Grafik. Ich würde mir auf jeden Fall eine Konsole holen. Jetzt hat man einfach wieder den richtigen Grund, einfach sich eine Konsole zu holen. Aber das Neue, was ich jetzt hier gesehen habe mit der Xbox One, das schießt wirklich den Vogel an. Echt super geil. Echt super geil. Untertitelung des ZDF für funk, 2017